yo leute heute stelle ich euch eine app auf dem handy vor mit der ihr bares geld verdienen könnt ja hier öffnet gerade die app sie heißt tv smiles ja noch zur info die app ist für android und für apple in den jeweiligen stores erhältlich links setze ich euch auch in die video beschreibung und wenn ihr euch die abholt macht das auf jeden fall über den link warum erzähle ich auch jetzt im weiteren verlauf des videos fangen wir erstmal an mit der app ja man öffnet die jetzt hier und sieht dann halt hier ganz viele karten und da oben die coin anzahl die ich jetzt schon habe das sind jetzt bei mir 529 habe ich schon und hier unten steht dann immer 53 da steht auch mal coins ihr halt verdienen könnt wenn ihr bestimmte sachen macht wir gehen einfach mal hier drauf und jetzt habt ihr zum beispiel hier ein quiz dieses quiz könnt jetzt kurz beantworten bekommt dafür halt ein smile so nennt sich das dann habt ihr da oben 530 wir können das kurz machen so das ist jetzt egal ob das korrekt oder nicht ist der test einfach beides aus zack vorbei 2 kassieren und ihr seht jetzt ist steigt das auf 530 dann gibt es noch ein deal der deal ist so man kommt auf eine webseite man kann direkt auf zurückklicken und bekommt direkt den einen smile dafür zack so einfach geht's und schon habe ich zwei smiles verdient jetzt kommt auch gleich ein haken in die karte ist doch schon weg ja hier habe ich zum beispiel jetzt hier muss mich anmelden bekommen dafür aber auch 14 smiles hier gibt es zum beispiel dann jetzt hier so spots die im fernsehen laufen kann man dann raussuchen dann bekommt man dafür ein smile das finde ich viel zu wenig entlohnung hier sind normale quizfragen das ist mit freunden einladen da gehe ich gleich noch drauf ein download und ja ihr habt bestimmt schon das hier gesehen das ist aber da müsst ihr euch halt bei smart mobil müsst ihr euch eine flat kaufen dann bekommt ihr 375 und 70 coins das ist extrem viel und ja dann müsst ihr euch auch da was kaufen also das mache ich jetzt nicht hier war ich noch gar nicht hab noch gar nicht guckt was ist was das genau ist ist aber nicht so schlimm jetzt zeige ich euch einen kleinen trick und zwar kommt jetzt hier werbung dann macht ihr einfach euer wlan aus wenn das bei euch ist zählt bis 10 1 2 3 4 5 oh das geht sogar schneller egal also durchschnittlich müsst ihr dann fünf bis zehn sekunden warten könnt das wieder wieder anschalten jetzt lädt das bild halt nicht aber ist egal so und das die werbung ist übersprungen ultra geil wlan ist dann wieder an und zack also so leicht könnt ihr die werbung überspringen ich zeige es einfach nochmal gehe hier drauf ups jetzt bin ich gerade ein bisschen zu schnell jetzt kommt eine werbung jetzt mache ich das wlan aus das ist übrigens gerade eine schräg werbung sorry wenn bei euch gerade der bildschirm jetzt falsch ist zack kurz gewartet wlan wieder anschalten und jetzt lädt das noch kurz und da haben wir gleich auch schon wieder die werbung übersprungen jetzt kommt noch tv smiles davor wäre eigentlich eine werbung gekommen die haben wir übersprungen äh das hatte ich auch noch nie die leute hat kurz geleckt okay auf jeden fall guckt werbungs übersprungen ihr könnt jetzt hier einfach durch durch klicken wie ihr wollt und kriegt dafür halt sehr viele will ich jetzt nicht sagen mal kriegt dafür halt dann smiles zack einkassieren da oben wieder ein mehr aber es ist schon ziemlich geil finde ich dann kommen wir zu der entlohnung die man hier bekommen kann da gehen wir auf diese einkaufstüte da und jetzt gibt es hier die entlohnungen im smiles shop ja nicht wundern dass hier umso billig ist das ist ein gewinnspiel für 25.000 oder für halt eine xbox halt nur ein gewinnspiel die kriegt ihr nicht dann aber hier für zum beispiel 400 sagen wir mal hier für 1500 smiles bekomme ich ein 10 euro amazon gutschein für 800 smiles bekomme ich 5 euro amazon hier gibt es viele prämien das geht ziemlich schnell also es meinten ziemlich schnell hier ey man muss am tag nicht lang machen und man kriegt richtig schnell smiles also das ist echt leicht verdientes und bargeld könnt ihr euch auch rauszahlen lassen halt über paypal könnt ihr aber andere prämien holen hier gibt es echt verdammt viele ein handy eine drohne ein rucksack alles mögliche 50 euro amazon und hier ganz und gibt es sogar ein fernseher von philips und eine playstation 4 oder xbox one das dauert halt alles ein bisschen länger beziehungsweise dauert ziemlich lange aber ja ist halt eure sache auf was ihr sparen wollt ich finde es ziemlich geil kann man dazu nebenbei mal machen ja jetzt komme ich noch dazu was das mit den freunden hier ist wo war das denn hier hier könnt ihr freunde einladen und wenn ich jetzt euch einlade das mache ich über den link in der video schreibt deswegen wenn ihr euch die abholt bitte bitte macht das über den link das ist für mich besser und für euch also ich freue mich echt drüber wenn ihr es macht und für euch ist auch besser weil wenn ihr diese app euch holt und spielt dann hier und habt da oben wo bei mir jetzt 533 steht 50 smiles dann bekommt ihr zu den 50 noch mal 50 dazu wenn ihr das über den link macht dann bekommt ihr 50 smiles geschenkt natürlich kommt bekomme ich dann auch 50 smiles ist für mich auch ein vorteil aber für euch auch und deswegen macht das bitte über den link weil dann haben wir kriegen wir beide 50 smiles gut geschrieben also würde mich auf jeden fall sehr freund wenn ihr das macht ja das was eigentlich auch jetzt so von der app ihr könnt ihr downloaden quiz beantworten und werbung habe ich euch gezeigt einfach wlan aus 12345 sagen wir mal bis 5 gezählt wieder an zack jetzt lädt das hier noch kurz und die werbung ist jetzt rucki zucki übersprungen ihr könnt jetzt hier kurz beantworten ist auch egal ob ich das nicht durchdrückt einfach drauf und zack smiles kassieren also echt einfach verdiente smiles und auch einfach verdientes geld ich bin auf jeden fall sehr geil hier könnt ihr auch euer profil gucken ist jetzt nichts interessantes ich habe mich schon dahin geimpft hier angemeldet lol ach so das war weil ich wegen facebook mich verknüpft habe egal auf jeden fall ich setze euch den link in die beschreibung wenn ihr euch das holt macht bitte über den link wenn ihr noch fragen habt schreibt es einfach in die kommentare und ja ich freue mich sehr wenn ihr euch die app holt und um noch das ganz kurz zu sagen falls es irgendwer vermutet ich bekomme für die vorstellen diese app keinen einzigen cent ich mag es einfach weil ich die app extrem feier und weil ich euch auch ein bisschen helfen will wenn ihr irgendwie sowas haben wollt und dort halt geld verdienen wollt dann hilft das euch natürlich auch ja das ist meine app die ist auf jeden fall ziemlich geil ist man verdient echt schnell wenn ich das holt macht es mein ding macht's gut und schau